Loblied. Loblied ist ein Festgesang. Loblied ist ein geistliches, geistliches Lied, ein religiöses Lied, ein spirituelles Lied. Als Loblied bezeichnet man auch eine Hymne und ein Kirchenlied. Heutzutage wird Loblied auch umgangssprachlich verwendet. Man sagt, dass jemand ein Loblied auf jemand anderes anstimmt. Oder was heißen soll, dass man jemand anders besonders lobt. Oder man kann auch ein Loblied singen für einen Retter von jemandem. Loblied bezeichnet aber ursprünglich ein Lied zur Verehrung Gottes. Spirituelle Gesänge, spirituelle Lieder, religiöse Lieder, religiöse Gesänge gibt es in allen Kulturen und in allen Religionen. Lieder zu singen sind mit die wirkungsvollste Methode, sein Herz so zu öffnen, dass man eine göttliche Gegenwart spüren kann. Im Yoga könnte man verschiedene Formen von Loblied unterzeichnen. Es gibt die Suktas, die vedischen Loblieder. Es gibt die Kirtans, was Loblieder sind, die im Wechsel gesungen werden. Und es gibt die Bhajans, Loblieder, die man als Gruppe zusammen wiederholt. Und es gibt die Kirtans. Vielen Dank.